Namaskar Arda Swastikasana ist die halbe glücksverheißende Stellung in Ehrerbietungshaltung. Nimm Arda Swastikasana ein, das heißt du gibst einen Fuß unter den Oberschenkel und den anderen Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel, sodass die Zehen verborgen sind unter Fußballen. Diese Stellung ist für viele Menschen eine schöne Meditationshaltung. Dann gib die Handflächen vom Brustkorb zusammen, wölbe den Brustkorb nach vorne, Schulter nach hinten und das ist eine Stellung der Ehrerbietung. Ehrerbietung zur Tiefe deines Wesens, Ehrerbietung zum Göttlichen, Ehrerbietung zu allen Wesen.